Oracle, ich brauche einen Weg zu Scarecrow. Wir haben keine Zeit. Das wird dir nicht gefallen. Es gibt nur einen Eingang und der ist von innen versiegelt. Was ist mit dem Wartungstunnel? Er verläuft hinter der Hauptwand der Einrichtung. Ich schicke dir die Position. Was hast du vor? Improvisieren. Ich schicke dir die Position. Ohne das Auto komme ich nie an den Panzern vorbei. Ist das Einsatzteam bereit? Ich bin jetzt bei. Das ist ein wichtiger Teil meines Plans. Enttäusche mich also nicht. Ich enttäusche niemals. Was denkst du, was sie vorhaben? Zuerst müssen wir uns auf Scarecrow konzentrieren. Dann kümmere ich mich um den Neid. Was? Was? Batman, ich habe eine Schwachstelle in den Drohnenpanzern entdeckt. Ich überprüfe das und melde mich dann. Ich überprüfe das und melde mich dann. Das Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Das ist wie ein Panzer aussieht. Wir sind die beste Armee, die es je gab, während er nur ein einzelner Mann ist. Soll er ruhig kommen mit seinem Panzer? Wir haben hunderte davon. Er ist ein Mann. Wir sind tausende. Er ist gut. Wir sind besser. Ha! Du warst ja wirklich beim Briefing. Einer der Techniker meinte, diese Masken würden nicht ausreichen, um vor dem Gas zu schützen. Er ist gut. Batman, wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie. Hier sind überall Panzer. Die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Das war's. An alle Einheiten. Ace Chemicals wird evakuiert. Ich wiederhole. Die sind der Ende Evakuierungsbefehl. Wer zurück bleibt, stürmt ein grausames Anstab wird, tot. Also raus! Ich habe gerade erfahren, dass Phase 1 abgeschlossen ist. Im Moment trifft unser Kunde Vorbereitung, die Stadt in Angstgas zu hüllen. Denkt an eure Ausbildung. Gasmasken, nutzlos. Atemgeräte, nutzlos. An zwei Orten seid ihr sicher, Männer. Unter der Erde oder so hoch oben, wie es geht. Das Toxin verursacht schwere Psychosen. Unter den extremen Fällen selbstverletzendes Verhalten. Ihr habt alle euren Treffpunkt. Seid also da. Oder Gott stehe euch bei. Und wenn ihr da seid, war. Wir haben Drohnen in den Straßen. Wachtürme scannen den Himmel. Wir müssen nur den Babysitter für diese Endstadt spielen. Und Arken Knight und Scarecrow ein paar persönliche Probleme mit Batman klären lassen. Und dann wird jeder hier seinen sehr großzügigen Ruhestandslohn genießen können. Verstanden? So, wir hörten, dass eine Lieferung des Angstgases vom Standort abtransportiert wurde. Das ist korrekt. Diese Ressourcen wurden Phase 3 der Operation zugeteilt. Sonst noch Fragen? Nein? Gut. Dann gehe ich zur Sicherheit alles nochmal durch. Im Moment trifft unser Kunde Vorbereitung, die Stadt in Angstgas zu erhöhen. Denkt an eure Ausbildung. Gasmassen, nutzlos. Atemgeräte kommen. Wir sind hinter uns. So, auf ihn! Ja, lass ihm nichts! Lass ihm ein! Er hat keine Chance! Bringt es hinter uns! Zerwalt ihn! Und zingel ihn! Mach aus dem Nichts! Bleib dann ihm da! Und zingel ihn! Ich mach nur zu viel! Keine Gnade! Er kann das, der nicht! Gefällt mir! Ich habe nur noch einen, also häng dich rein. Ich helfe dem Mann. Und ziehen ihn. Noch mal. Noch mal könnte ich dir nicht helfen. Ich war. Und schwinge ihn. Fächte bei. Weiter, weiter, weiter. Ich bin nicht verletzt. 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 Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammer-Kapazität laufen lassen. Er blöft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. An alle verbleibenden Einheiten. Treff auf dem Autostadt der westlichen Insel. Sofort. Wir haben heute Nacht gute Arbeit geleistet, Leute. Wir hoffen wir uns. Gentlemen, heute Nacht wird sich Gotham für immer verändert. Es wird zu einem alttraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Badmans Versagen. Ein Moment der Angst. Rock. Rock.